Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist Seifenreinhard. In einem der ältesten Geschäfte in Heilbronn erwartet dich ein Einkaufserlebnis wie aus einer anderen Zeit. Du findest über 5000 Artikel auf 500 Quadratmetern. Gute alte Dinge für Haushalt, Garten und Freizeit. Von Kleiderbürsten über Ausstecherle bis zur Seife. Und wenn was kaputt geht, gibt's auch noch das passende Ersatzteil. Hier wird per Hand gelagert, registriert und kassiert. Das Flair, die Beratung und der Kolonialwarenstil machen das Einkaufen zum Erlebnis.